1.000 Kilometer in one charge. Wir wollten die perfekte Form, was wir für die Qualität haben, um zu erreichen. Und da spielt die Aerodynamik die zentrale Rolle. Aber im Endeffekt sollte es das perfekte Produkt sein. Ich hoffe, wir haben es geschafft. Die EQXX war die größte Herausforderung, die wir jemals hatten. Bis jetzt bestand das Fahrzeug nur auf dem Papier oder in Daten. Doch wir sind dafür verantwortlich, dass das Fahrzeug realisiert wird. Even the best battery or the most efficient aerodynamic shape does not reach the goal alone. So we need the lightweight in our design. Inspired by nature-growing processes, we use a brand-new and unique development method. We call it Bionicast. The software-tool combination creates parts shapes a human could never have designed. It looks like naturally grown. We come to similar results like in nature. To be lighter, faster or more precise. Jedes Gramm ist wertvoll. Deshalb hatten wir auch noch eine andere Idee, die Mittelkonsole. Die wir aus recycelten Haushaltsabfällen herstellen. Auf dem Sitz finden wir mehrere Leder-Alternativen, zum Beispiel Dessertex. Das Basismaterial besteht aus Cactus. Und Milo, ein Material, das der Wurzelstruktur eines Pilzes nachgeahmt ist. Ja, wie kann man Gewicht spannen im Interieur, die Instrumententafel zum Beispiel. Wir haben sie einfach weggelassen. Wir haben sie dematerialisiert. Wir haben diese unglaubliche Bildung, die von A zu A-pillern. Aber ein großer Display consumes viel Energie. Ist das wirklich Energie-efficient? Well, die Trick ist, du switch die Lichts auf. Die Blacks sind eigentlich Black. No Energie ist being used. Wir haben die Erfahrung, aber was du nicht tun kannst, ist, dass du nicht weit wegzunehmen kannst. Die Fahrt sieht die Routes, die Fahrt sieht die Topologie, aber die Fahrt auch fühlt die Elemente. Das ist der erste Fahrt, die wir in der Welt gebaut haben, die hat die SENSORS, um zu sehen, wie hart die Wind ist blowing. Es hat Energie von der Sonne durch die Solar-Panel und recuperiert und regeneriert die Batterie. Ich meine, wir können nicht mehr effizienter werden, als das. Manchmal ist der Wind dein Freund. Es schlägt dich an. Die Fahrt kommuniziert mit dir, wenn es Zeit ist, um deinen Fuß auf den Pedal und einfach rauszunehmen. In EQXX erlebt der Fahrer Ruhe. Die Fahrt kommuniziert mit dem Fahrer in unterschiedlichen Wagen. Within der Saison, du kriegst haptische Feedback. Es gibt dir Signale, wir haben Audio, close to the ears, than only the driver can hear. When man and machine works together, they can really empower each other. All das Know-how, all die Fähigkeiten, die wir in den letzten Jahrzehnten gesammelt haben, kommen hier in ein Auto. It's not all known, it's not a home run. You have to push till the last second. That is the science proof. But it goes beyond that. The EQXX will enable man and machine's rights history. Bei dem Auto ist es uns ganz gut gelungen. Die ihnen sind really gut gelungen. But it is necessarily an assignment. So let's figure it out. The NBA 410-345-59-5816-36lex-3918-916-1460-5619- underscore home run. The NBA 520-1460- recipro aucune Natur popular.